Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein neues Rezepte-Video von mir und zwar einen sommerlichen Zitronenjoghurt. Dafür braucht ihr Zitronen, etwas Joghurt, 1,8% Fett habe ich hier und Stevia zum Süßen oder anderen Süßungsmittel. Dann gebt ihr den Joghurt in eine Schüssel und dann gebt ihr je nach Belieben den Saft einer halben oder einer ganzen Zitrone dazu. Falls Kerne mit reingerutscht sind, könnt ihr die ganz easy mit der Gabel rausfischen und dann kommt auch schon das Süßungsmittel hinzu. Ich habe hier Stevia genommen, das Ganze gut umrühren und jetzt in schöne Gläser reinfüllen und das Ganze mit Basilikum oder Minzblätter dekorieren. Und voilà, ist fertig euer sehr erfrischender Zitronenjoghurt. Perfekt für den Sommer und ideal als Süßigkeitenersatz geeignet. Ja und dann hoffe ich, dass euch das kurze Video gefallen hat und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Zitronenjoghurt 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 Zitronenjoghurt